Huibu ist lustig, hört er nicht gern. Huibu ist nicht gruselig, hört er auch nicht gern, aber er ist wunderschön. König Judas 111. Damit ist er fast eigentlich alles gesagt. Er hat es auch schon im ersten Teil nicht gemocht, dass er großartig als König angesprochen wird. Ophelia ist sehr mutig und willensstark, würde ich sagen. Maria ist eine, ich würde sagen, sehr herzliche Person, aber auch eine, die alle Tricks kennt. Die Erle, gierig, lebenshungrig, nicht sterben wollen und alles, alles, alles dafür tun. Überleichen. Für euch der zweite Teil Huibu und das Hexenschloss. Mega, er ist so gut und ich kann wirklich jedem empfehlen, dass er sich den anschauen soll. Gruselig, aber trotzdem auch sehr, sehr unterhaltsam. Danke.